ja was los willkommen zu den drei komischen menschen die rumhängen willkommen zurück zur teradio noch in diesem fall dreht es sich um mich und dann das mittelpunkt du bist das mittelpunkt ja ist klar ich bin der mittelpunkt frage was wollen wir machen also ich persönlich wäre dafür dass wir unser höhlensystem gerade runter bauen das könnte ja nicht mal machen weil dann kann man nicht sehr viel einfacher an unsere items gelangen könnten sehr viel schneller sehr viel tiefer gelangen und könnten sehr viel bessere items sehr schneller können damit folge siebzig war das mal hier jetzt keine ahnung was ich will weit unten das ist schon ziemlich peinlich und mein handy vibriert dein handy vibriert genau auf einer stelle die ich nicht genauer benennen will einfach mal ein bisschen rumhängen indirekte handy befriedigung der gas musste etwas andere nach heute mit handy äh tobi was machst du da für bullshit ich schau die truhen so jauhi SPOAST weil ich bock hab ich kanns ähm kannst gar nichts bullshit kannst du dann dann bauen wir jeden Tag mal ein bisschen runter äh tobi hast du noch den komischen stein hat irgendwer holz nein ich hab holz genug 225 nein 3 ok sei klar für ein bisschen aber wir graben 3 breit ok nicht so wie hier ja das könnt ihr unten anfangen ich mach hier mal weiter was das brauche ich stein achso ja ich brauche sie über den stein nein na mach mal dann 2 da probierst du das dritte machen ok ah die die uh eine flüchtige fesse tobi ey jussi mashin must go on das show must go on mir hat zwar nix gesungen aber die Viecher fallen runter und töten uns ne nix schau wie schlau ich bin ja total aah so ok komm aah Panic Panic wo ist die die sind schon zu nahe drauf Panic aah ah oi der schatze vielleicht sollten wir warte das musst du eins weiter um oben legen so ja gut pro flyer exchange ah wir brauchen hammer bullshit tv wir brauchen hammer ich hab'n hammer ich hab'n hammer du hast'n penis hier ist einfach ständig beleidigen opfers 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 ups moment 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 nur kurz moment ach scheiße ich kann jetzt ja ja ok haha guck mal brauchen wir nicht mehr Tobi wie wegt deine Maus dich oh mein Gott oh mein Gott wir werden sowas von sterben AAH Das hat dir jetzt voll viel gebracht Luci ich hab' Angst dura certificates und da da hier nicht mehr da den hier noch oder stimmt das ja sollte stimmen kann man ja bitte wer hier diesen wix block weg machen so der wix block ist weg so da noch so kagel toby Wie passt denn? Oh, oh mein Gott Angst, ich Angst Die Motherfucker, die die Handy hat grad vibriert Handy vibriert was ganz anderes Tobi, jetzt fang bloß nicht leider mit dem Scheiße Ich hab irgendwie das Gefühl, dass Terraria ein bisschen zu laut ist Ich jetzt Findest du? Ich hab keine Zecke Das ist bei mir Fick so Das war jetzt komplett beschissen Boah, wir werden alles wegficken hier BAM 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 Tobi BAM 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 Fick so Diese Fakkel muss da hin Teil Wasser Ja, es gibt guten Essen bei mir. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Brüder, das ist ein Geiler-Bug. Äh, sagt mal, macht mal so, dass ich mich da nicht umbringe, wenn ich da runterfalle, ja? Macht mal so, dass ich mich da nicht umbringe, wenn ich da runterfalle. Ja, also, tschau, bis dann. Ach, tschüss. Wüstenhoden. Rein theoretisch könnte ich einfach mal kurz die Aufräume unterbrechen und dann nochmal die Soundverhältnisse anpassen. Dann könnte ich wieder reinstellen. Und dann wird der Tobi auch nicht sterben, weil er ja dann draußen ist. Oder? Ja, aber wir hätten ja dann später wieder runter. Darum geht's ja. EILA! FÜH! LOL. No, ich bin nicht tot. Und ich hab gerade deine Items runterfallen gesehen, also so schlimm ist es nicht. Ja, aber es liegen nur einige drum. Ah! Hab sie alle. So. Ich glaube, ich hab jetzt alles. Ja. Oh mein Gott. Boah, ich hab ne rasche Spitzhacke. Nice. Nice. Ja, wir haben mal ein baldem Problem, weil keiner von uns hat den Enterhaken oder keiner von uns hat überhaupt... Ah! Ah! Ja, nice. Ich falle, ich falle, ich falle, ich falle, ich falle! Le. Ste-Lick-Dead-Dead-Bounce. Ja, weißt du, was du hindertest? Was denn? Wir gehen doch nicht mehr runter. Ach, echt? Ja! Moment. Ja, der hat der kommt. Ich hab ein Stern. Ich hab ein Stern. Ja, ich hab ein Stern, was mir abkommt. Ja! Ich stell' jetzt mir so aus, man scheißegal, ich will die Items wiederhaben. So, wir gehen jetzt einfach hier den normalen Weg. So. Haben wir mich nicht nach irgendwo an Enterhaken? Ich glaub' ich nicht. Boah, Tobi! Tobi hat noch einmal einen... Ach komm, kill mich einfach. Oder, ne, Moment. Schaff' ich das? Oh, ja. Boah. Die Musik ist ein bisschen zu laut, glaub' ich. So. Was ist das mal für ein Geräusch? Wie? Das war eine Sternschnupfe. Wir können den normalen Weg schlecht nehmen. Dann bauen wir uns hier runter. Macht's nicht besser. Doch! Da kriegen wir keinen Schaden. Okay, rein. Springe einfach drüber! Mann, das ist ein fucking Wichslein! Oh, oh! Ich hab's. Holy, holy fuck, holy fuck, ich hab's. Geht weg. Geht weg. Ausgeburt des Todes. Nein, ich wollt' die Capsack aktivieren. Oh. Ich hab' den Bumerang zu benutzen. Entschuldigung, aber ich muss... Versuch' nicht zu sterben. Ich hab' den Bumerang zu benutzen. Oh. Hast du einen Magen im Spiegel? Nee. Egal Moment da Äh, enthaken Moment da Das war ein A, da eins Das war ein A, da eins Das kann weg Hast du noch eine Wolke in der Ding? Äh, ja Habe ich sogar zwei Dann noch die Fessel Den verzauberten Burberang natürlich Das Schwert Oh So, bitch please Äh Motherfucker, da Da Ja So, und hier machen wir jetzt erstmal den, 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 den Fallding drauf Den Fallding machen wir jetzt weg Oh, ich werde gerade schon wieder fast verdeckt Wenn ich jetzt ge- fertig wäre, ganz ehrlich Blöde! Aber ich Aber ich Pass auf Du hast das ganze Holzding Du musst das Teil bauen Äh, ja, ich habe noch ein paar Holzklappen Hoh 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 Mach mal hier Band Hoh Hoh Boah Zum Glück habe ich noch eine Wolke, eine Flasche, die mich, wenn man ein bisschen savt Das meine ich Boah, ich kann den Weg stein doch nicht ab- doch jetzt kann ich Okay Okay Schafft man das? Nein, natürlich nicht Brauche ich einen Hammer? Du kannst die einfach auf die Nein, habe ich natürlich nicht Boah Boah Tja, Mama